Nein, das kann nicht sein. Nein, das ist nicht wahr. Ähm, Twilight? Twilight! Der Bus zum Camp Everbreed hat in 10 Minuten. Oh nein, 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 nein. Ich weiß es nicht. Ich habe verschlafen. Ich auch nicht. Ist für dich nicht typisch. Ich weiß. Hast du keinen Nervwecker, der Geräusche macht? Komm, das wird schon. Wir helfen dir packen. Wir fahren doch in den Wald. Wann soll sie das denn anziehen? Sogar bei einer Reise auf den Mond würde ich empfehlen, ein Abendkleid einzupacken. Man kann nie wissen, Liebes. Ich gehe mich kurz umziehen. Midnight Sparkle! Wie ist denn das möglich? Sunset Shimmer und ich haben dich bei den Freundschaftsspielen besiegt. Du und deine Freundinnen werden mich nie vollständig besiegen. Midnight Sparkle ist ein Teil von dir. Ich werde immer da sein und werde im dunkelsten Schatten deines Geistes warten. Ich komme zurück, Twilight. Und dieses Mal werde ich nicht aufgehen, bis ich all deine Magie besitze. Stopp! Twilight, mach auf! Wir können nicht anhalten, Dummchen. Erst wenn wir da sind. Hey, ist alles okay? Alles bestens. Wir werden sicher so viel Spaß haben. Wir rüsten Marshmallows und essen Marshmallows und schlafen auf Marshmallow-Kissen. Yep, garantiert tue ich das nicht. Vielleicht du nicht. Achtung, Schüler! Wir sind schon fast da. Aber bevor wir ankommen, wollten wir euch noch sagen, dass wir stolz auf euch sind, dass es euch gelungen ist, genug Geld für diesen Ausflug zu sammeln. In eurem Alter haben wir die schönsten Erfahrungen in diesen Wäldern gemacht. Und das werdet ihr sicher auch. Also, freut ihr euch auf Camp Everfree? Ja! 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 Wirst du vergessen oder gehst du in die Geschichte ein? Wird das alles erzählt oder ein Geheimnis sein? Sing mal ein Lied für dich und verrät, was du getan. Komm, entscheide dich, denn nur darauf kommt es an. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Schönes erlebst du hier, freu dich drauf und sei dabei Binde zu dir selbst und mach dich von Ängsten frei Kehrst du zurück nach Haus, sind sie alle stolz wie nie Du warst Teil der Geschichte von Everfree Oh, 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 oh Du bist Teil der Geschichte von Everfree Oh, 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 oh Du bist Teil der Geschichte von Everfree Anerkennung kannst du finden und Enttäuschung sicherlich Die Natur lernst du hier kennen und du lernst viel über dich Vergessen oder gehst du in die Geschichte ein? Wird das alles erzählt oder ein Geheimnis sein? Kehrst du zurück nach Haus, sind sie alle stolz wie nie Du warst Teil der Geschichte von Everfree Oh, 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 oh Du bist Teil der Geschichte von Everfree Oh, 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 oh Findet ihr das Camp Everfree nicht auch wunderschön? Ich freue mich schon so darauf, dass wir wandern gehen. Eine Wanderung will ich aber auch mitmachen. Das heißt, du willst auch die zauberhaften Waldtiere besuchen? Ja, vor allem die Eichhörnchen und vor allem allem will ich sie unbedingt jagen. Ich freue mich aufs einfache Leben hier. Ich baue mir einen Unterstand, gehe auf Essenssuche. Äh, du weißt, dass wir Zelte und Essen bekommen, oder? Jep, ich gehe trotzdem auf Suche. Ach, und ich will mich einfach nur erholen. Das letzte Jahr war für meinen Geschmack etwas zu turbulent. Ja, richtig. Da waren drei böse Sirenen, die uns mit Gesang hypnotisieren wollten. Dann diese unglaublich ehrgeizige Schule und noch zwei Dämonenfreundinnen. Uuuuh, ha ha ha, auferzeit. Ist in Ordnung. Man gewöhnt sich schon dran. Jep, die Kinterladei scheint Magie wirklich anzuziehen. Es wird toll, an einem Ort zu sein, wo man sich keine Gedanken machen muss. Hier, bitte, Twilight. Danke. Du heißt Flash, oder? Ja, der bin ich. Und du bist du. Und so gut kennen wir uns ja noch gar nicht. Cooler Sprachkumpel. Stimmt. Naja, dann sehen wir uns voll später. Du weißt, dass es dieses Mädchen gibt, das aussieht wie du, aber in einer anderen Dimension eine Ponyprinzessin ist? Aha. Flash steht irgendwie total auf sie. Oh. Hallo, Leute. Kommt doch bitte im Hof zusammen. Das wäre irre. Es wird höchste Zeit, dass die beste Woche im Camp Everfree beginnt. Hallöchen, Leute. Willkommen im Camp Everfree. Ich bin Gloriosa Daisy, eure Campleiterin. Seht mich einfach als freundlichen Camp- und Naturguide. Und das ist mein Bruder Timber Spruce. Seht mich als den tollen Typen, mit dem ihr jede Menge Spaß haben könnt. Das ist uns am wichtigsten. Bevor wir die Zelte verteilen, möchten wir was über euch erfahren. Ihr könnt hier alles tun, was euch gefällt. Äh, naja, außer zum Steinbruch zu gehen. Das ist verboten. Hm, ja. Aber ansonsten stehen euch zahlreiche Optionen offen. Also welche Aktivitäten würden euren Aufenthalt zur schönsten Zeit eures Lebens machen? Oh, äh, klettern. Klar. Bodenschießen. Ja, natürlich. Heatherboy. Ja, sicher doch. Rainbow. Klar freust du dich. Aber lass auch mal den anderen die Chance, sich zu äußern. Ich will basteln. Meine Mom braucht dringend neue Topflappen. Wir haben hier auch Stricknadeln. Können wir Kekse verziehen? Oh, ich backe hervorragende Zuckerkekse. Gibt es auch Morgenwanderungen? Mit Wanderstöcken für alle, die teilnehmen. Oh, ich? Oh, äh, eine Modenschau wäre toll. Für die ich die fabelhaftesten Camp-Outfits nach den heißesten Trends entwerbe. Und sie von meinen Klassenkameradinnen auf dieser Naturbühne präsentieren lasse. Eine Camp-Tradition. Wir haben bisher noch nie eine Modenschau gemacht. Ich nehme gern eure Vorschläge entgegen. Also wenn ihr irgendetwas braucht oder tun möchtet oder etwas fehlt, fragt einfach. Was ist denn mit dem Camp-Geschenk? Das war meine liebste Camp-Everfree-Tradition. Das Camp-Geschenk aber natürlich. Wirklich? Ja, wirklich. Na ja, ich hab gedacht... Du hast falsch gedacht. Bemerkt außer mir noch jemand die Spannung zwischen Gloriosa und ihrem Bruder? Äh, etwas. In jedem Jahr arbeiten die Camper zusammen und erschaffen etwas Nützliches. Ein Geschenk für zukünftige Camper. Auf dieses gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, erschafft zwischen euch eine starke Verbindung, die auch noch nach eurer Zeit im Camp bestehen wird. Was ist der Grund, warum es so wichtig ist? Oh, dieser Pavillon ist das Campergeschenk vom letzten Jahr. Oh, oh, oh! Und der Totempfahl und die Sonnenuhr wurden auch von Campern gemacht. Die Sonnenuhr war das Geschenk unseres Jahrgangs. Hm, auch wenn einige der Camper fanden, dass sie unpraktisch sei, weil man eine Sonnenuhr nachts nicht benutzen kann. Haha, ihr seid wirklich eine überaus tolle Gruppe. Und ich bin mir sicher, euch fällt etwas Inspirierendes ein, das ihr zurücklasst. Ja! Und nur etwas zurücklassen? Wir werden euch jetzt alle in Zelte aufteilen. Dann könnt ihr eure schweren Taschen darin zurücklassen. Äh, die Mädchen bekommen ihre Zelte von Timber. Jungs, ihr kommt mit mir. Oh Mann! Ja, ich bin im Smarag-Zelt! Oh, ich auch! Aquamarine. Ich auch! Juhu! Ich bin im Amethyst. Saphir! Ich auch! Ich meine, ich nehme es jedenfalls an. Eigentlich sind Saphire ja nicht nur blau, manchmal sind sie auch lila, gelb oder auch pink. Ja, aber meistens blau. Deshalb ist die lateinische Bezeichnung auch Saphirus. Das heißt blau. Weiß ich doch. Aber wusstest du, dass Saphire eigentlich Rubine ohne Chrom sind? Nein. Aber hast du gewusst, dass das Saphir-Zelt das Beste von allen ist? Nein? Wieso denn das? Na, weil du darin bist. Oh, ich wette, das sagst du zu allen, Camperin. Das tue ich nicht. Bist du im Rubin-Zelt? Haha, das ist das Schlechteste. Oh, Mann! Nee, war nur ein Witz. Das Rubin-Zelt ist toll. Es ist wie das Saphir-Zelt, allerdings mit Chrom. Aber das Rubin- und das Korallen-Zelt sehen sich ziemlich ähnlich. Ich zeige dir am besten, wo es ist. Wir sehen uns. Was? Ach, nichts. Oh, das war wirklich übel. Überaus entzückend. Okay, meine Lieben, kommt jetzt erst mal an. In 15 Minuten treffen wir uns am Steg, um die Camp-Sicherheitsregeln zu besprechen. Wenn ihr was braucht, sagt einfach Bescheid. Ich brauche etwas. Ah, Fierzy Rich. Oh, wie schön, dich hier zu sehen. Was tust du denn hier? Das Camp hat gerade angefangen. Ich genieße nur die Aussicht, wirte Gloriosa, Daisy. Fierzy, es ist so entspannend. Nun, das kannst du auch tun, wenn das Camp vorbei ist. Also, wenn's dir nichts ausmacht? Na schön. Fierzy Rich ist, äh, ein ehemaliger des Camps. Er kommt hin und wieder gern mal vorbei und sieht nach dem Rechten. Aber genug zu ihm. Geht in eure Zelte und verstaut eure Sachen. Und dann kann die beste Zeit im Camp endlich anfangen. Ich finde Sicherheitsregeln ja wichtig. Aber ich hoffe doch, dass ich mit den Entwürfen für meine Modenshow eher früher als später beginnen kann. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Gloriosa dazu überreden konntest. Wir sind mitten im Wald, um Himmels willen. Wir sollten hier einfach leben. Aber an Gloriosas Outfit kann man erkennen, dass sie viel Wert auf ihre Kleidung zu legen scheint. Auch wenn wir uns hier mitten im Wald befinden. Ist ja gut. Ebenfalls, solange du mich nicht in eines deiner Outfits steckst. Hast du nicht vor, oder? Nein. Doch! Keine Sorge, Liebes. Es wird absolut zu deinem persönlichen Stil passen. Nur viel Gießen. Das war seltsam, oder? Vorhin mit dem Typen Fierzy Rich. Hä? Oh ja, ich denke schon. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Gloriosa was verheimlicht. Ihr Bruder ist aber echt süß, ha? Er ist okay. Uh, na sieh mal einer an, wer jetzt was verheimlicht. Tu ich nicht. Oh, hey. Alles okay? Du wirktest im Bus vorhin irgendwie erschrocken. Es war wieder einer ihrer Albträume. Mir geht's gut. Ich meine, worüber soll ich mich beschweren? Seit ich an die CHS gewechselt habe, sind alle sehr nett und scheinen mich zu akzeptieren. Vor allem, wenn man dabei die Freundschaftsspiele bedenkt. Das war nicht deine Schuld. Direktorin Cinch war es die, die dich gezwungen hat, all deine Magie einzusetzen, damit die Crystal Prep die Spiele gewinnt. Du warst auf so viel Macht nicht vorbereitet. Aber das ist alles vorbei. Und wenn es eine Gruppe gibt, die einem Dinge aus der Vergangenheit verzeiht, glaub mir, dann ist es diese. Kommt ihr jetzt mit, oder was? Na klar, wir kommen. Ich brauche nur etwas Sonnencreme. Ich hab sie doch eingepackt. Gefunden! Hast du... Wie ist das denn möglich? Ich glaub das nicht. Das ist... Fantastisch! Machst du Witze? Das ist so toll! Wir haben uns alle schon mal in Ponys verwandelt, mit Ohren und Flügeln und so weiter. Wir konnten Regenbohrgläser schießen, aber sowas wie jetzt ist noch nie passiert. Wie ist dir das denn gelungen? Keine Ahnung. Vielleicht war ich's nicht. Vielleicht war es sie. Von wem redest du? Ach schon gut, niemandem. Können wir bitte einfach nicht darüber reden? Und kannst du bitte diese ganze Schwebesache vor den anderen geheim halten? Wieso denn? Weil wir an diesem Ort alle ein wenig Abstand von der Magie gewinnen wollen. Ich will nicht, dass sie wissen, dass wieder irgendwas komisches mit mir los ist. Wenn du nicht willst, dass ich darüber rede, dann tue ich es auch nicht. Nein, ich möchte es nicht. Okay, aber das ist doch jetzt auch gar nicht so schlimm. Sieht so aus, als müsstest du's wohl aufheben. Oh. So einfach aus dem Nichts. Was hast du gesagt? Ich, ähm, ich hab gar nichts gesagt. Ich wollte nur sicher gehen, dass sich auch alle auf den Weg zum Steg machen. Brauchst du irgendetwas? Nein. Falls es noch irgendetwas gibt, womit ich diese Woche zu deiner besten Woche deines Lebens machen kann, sag es ruhig. Ich krieg alles hin. Danke, alles super. Überschwänglichkeit macht mich nervös. Wir haben hier garantiert so viel Spaß. Naja, kommt vielleicht auf die Person an. Ach, es ist wunderschön, nicht wahr? Der See sieht aus wie ein Diamant, der in der Sonne funkelt. Es ist herrlich hier draußen. Die frische Luft, die kühle Brise. Und die Vögelchen, die auf der Hand landen. Ich glaube, das passiert aber nur dir. Bis Sonnenuntergang könnt ihr alle Angebote am See nutzen. Habt ihr also Lust auf Kanufahren, Segeln, Windsurfen oder Schwimmen, sagt mir Bescheid. Das sind so unglaublich süße Elmchen. Wow. Ich weiß, ich bin sehr charmant, aber du musst dich nicht gleich auf mich stürzen. Kein Grund, eifersüchtig zu sein. Sie ist ja auch nicht meine Twilight. Nicht, dass die andere meine war. Aber wir waren, ähm, du weißt schon. Ja, ich verstehe das. Aber deine Twilight ist deine Ponyprinzessin. Ich sag's nur ungern, aber sie verbringt die meiste Zeit in Equestria. Du meinst, ich soll versuchen, über sie hinwegzukommen? Ja, irgendwie schon. Autsch, du bist echt knallehrlich. Ich wollte dir nicht wehtun. Tut mir leid. Das ist aber ganz schön gefährlich. Niemand sollte den Steg während der Zeit im Camp betreten. Oh, das betrifft sicher nicht eure ganze Zeit hier im Camp. Wir müssen das einfach reparieren. Ich mach das schon. Oh, oder vielleicht übernehmen wir das. Wenn ihr mich fragt, müsst ihr den neu bauen. Dann ist ein neuer Steg unser Campgeschenk. Wir haben auch was davon, aber er nützt vor allem den zukünftigen Campern. Keine Ahnung, aber es ist echt viel Arbeit. Nicht, dass ihr keine Zeit habt, an den vielen Campaktivitäten teilzunehmen, weil ihr einen Steg für die zukünftigen Camper baut. Ich verstehe, was du meinst, Timber, aber wir sind die Cantalot Wonder Colts. Wir haben einen ziemlich guten Ruf. Und wir werden diesen Ort hier bestimmt nicht verlassen, ohne das beste Geschenk aller Zeiten zu hinterlassen. Sie hat recht. Einen Steg zu bauen ist ne tolle Sache. Was meint ihr denn? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nun, dann ist es wohl entschieden. Sieht wohl ganz danach aus. Das nenne ich angespannte Stimmung. Wir sollten das Fundament verstärken. Damit es robust ist. Wir könnten auch ein Schild mit der Aufschrift Camp Everfree aufstellen. Und kleine Kisten mit Futter für die kleinen Enten und Fischchen. Oh, und Laternen, damit man nachts was sieht. Das ist umwerfend. Und es wäre außerdem der perfekte Laufsteg für meine geplante Camp-Modeshow. Aber was viel wichtiger ist, der perfekte Ort zum Vertauen der Kanus und Füttern der Tiere. Hm, du siehst das so. Ich sehe den perfekten Ort für meine glamourösen Boho-Chic-Outfits. Was sagen Sie dazu? Das wird eine Menge Arbeit. Aber wir kriegen das hin. Ja, und hast du Poweraufsicht? Ah, netter Hammer. Wo hast du den her? Äh, na aus dem Werkzeugkoffer. Hach, das ist cool. Der ist selbst gemacht. Äh. Du machst Solarenergie-Laternen aus Gartenlichtern? Ziemlich erfinderisch, Timber. Du findest das schon erfinderisch? Ich mach auch Macaroni-Kunst. Ich bin sowas wie der Picasso der Nudeln. Okay, Schüler. Ihr seid heute weit gekommen. Aber es wird bald dunkel. Morgen könnt ihr neben den anderen Aktivitäten weitermachen. Ihr wollt euch sicher frisch machen. Wir treffen uns dann um acht wieder. Es gibt ein Lagerfeuer, Marshmallows und Gruselgeschichte. Marshmallows! Und plötzlich schaute sie an sich hinunter und entdeckte, dass sie zu ihrem burgundafarbenen Kleid lila Socken angezogen hatte. Ah! Lila und Burgunder, ihr Lieben. Die gleiche Farbfamilie. Ah! Das war meine gruselige Geschichte. Ja, ich hab Angst, dass sie sie nochmal erzählt. Kennt vielleicht noch jemand eine Gruselgeschichte? Ich kenne eine. Aber ich kann euch nur warnen. Ihr solltet euch nah an einen Freund kuscheln. Sie ist echt irrsinnig gruselig. Ich erzähle euch jetzt die spannende Legende von Gaia Everfree. Vor vielen Jahren entdeckten meine Großeltern dieses Waldstück. Sie fanden es wunderschön und beschlossen, es sei der perfekte Ort für ein Camp. Doch als sie mit dem Bau begann, geschahen sehr, sehr seltsame Dinge. In einer rabenschwarzen Nacht, als der Wind heulte, krachte ein Ast auf das Dach ihrer Hütte. Sie schrien und rannten hinaus. Und dort stieg eine riesige Kreatur aus dem Boden empor. Ihre wilden Haare sahen aus wie die Wurzeln eines Baumes. Sie hatte scharfe Zähne aus Stein und ihre Augen glichen einer Grube aus Teer. Doch ihre Aura funkelte wie Diamanten. Wo sie auch hinging, hinterließ sie eine Spur aus Diamantenstaub. Zitternd vor Angst fragten meine Großeltern, wer sie sei und was sie wolle. Mit tiefer, dumpfer Stimme antwortete sie, ihr Name sei Gaia Everfree. Sie sei ein alter Geist, der über den Wald herrsche. Und sie sagte, dass meine Großeltern ihn unbesucht betreten hätten. Die flehten sie an, ihr Camp bauen zu dürfen. Sie wollten diesen wunderschönen Ort mit anderen teilen. Gaia Everfree stimmte zu, aber sagte, dass sie nicht für immer an diesem Ort bleiben dürften. Eines Tages würde sie zurückkehren und den Wald wieder zurückverlangen. Wenn ihr also eine Diamantenstaubspur entdeckt, geht davon aus, dass sie... ...von Gaia Everfree ist! Hey Leute, ich wollte euch nicht erschrecken. Tut mir leid. Wieso kommst du dann plötzlich aus den Büschen? Ich hab den Wald weggenommen, weil der Wald in der Nacht immer so schön ist. Aber geht bitte nicht ohne einen Guide hinein. Okay, ihr Lieben, dann geht mal in eure Zelte. Äh, hey, Gloriosa, habt ihr vielleicht auch ne Zahnbürste? Ich hab meine vergessen. Sicher doch. Ich hole dir mal schnell eine. Ich hab so Angst im Dunkeln. Ihr habt doch sicher Taschenlampen. Natürlich! Wir haben welche! Fluttershy! Schuldige Spike, ich hab durch die Geschichte Angst bekommen. Wieso denn? Sie ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht genau. Gaia Everfree kann auch eine Kreatur sein, die aus Equestria verbannt wurde und dann hier gelandet ist. Das war auch so bei den Sirenen. Ich glaub, dass Timber sich das ausgedacht hat, um uns zu erschrecken. Das kann ich zumindest nur hoffen. Das Letzte, was ich will, ist, dass unser Camp-Aufenthalt von einer magischen Kreatur ruiniert wird. Ja, genau! Mit denen hatten wir in letzter Zeit schon genug Ärger. Erst beim Herbstball, dann beim Musikwettbewerb, bei den Freundschaftsspielen. Äh, naja, am Ende ging dann ja alles gut aus. Ich bin ziemlich müde. Ich geh mal schlafen. Wir sollten vermeiden, über die Freundschaftsspiele zu sprechen. Sie reagiert noch immer sehr empfindlich darauf. Unsere Lippen sind versiegelt. Hier bin ich. Hier drüben. Ich bin immer bei dir. Nein! Was ist? Was ist passiert? Ach, nichts. Entschuldige, Sunset. Oh, Twilight. Es ist doch etwas passiert. Ist es schon wieder Zeit, aufzustehen? Twilight, wir müssen wirklich mal darüber reden. Nein, müssen wir nicht. Hey, ich weiß, dass du das nicht willst. Aber wir müssen wirklich mal herausfinden, was da genau mit deiner Magie los ist. Und wenn du lernst, sie zu kontrollieren... Genau das ist es. Ich werde sie nie kontrollieren können. Was ist passiert? Das habe ich nicht gewollt. Wir haben nichts gesehen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ist alles okay? Ja, es war so komisch. Wir waren mitten auf dem See und hatten keinen Wind. Und dann auf einmal... BAM! Plötzlich kam Wind auf und hat uns gegen den Steg geschleudert. Es war doch nicht dieser Waldgeist, oder? Nein. Ich war es nur. Großer Geist! Zeig dich sofort! Die große und mächtige Trixi befiehlt es dir! Was ist das? Ist das dir, Mann? Es war ja herrlich. Hörst du das dann? Das ist ja vergruselig. Ist das wahr? Äh! Mann! Unsere harte Arbeit! Zerstört! Zumindest die Fische haben viel zu essen. Ritten wir aus dem Wasser, was noch geht. Vielleicht können wir ihn reparieren. Wir müssen es versuchen! Camp Everfree braucht doch einen Laufsteg! Einen Steg. Steg? Ja, das habe ich doch gemeint. Alles schien mir so einfach, die Welt und mich konnte ich verstehen. Nichts, was belastet oder mich stört, das Leben war so schön. Doch spür ich dunkle Wolken in mir, die nicht zu mir gehören. Mit Neid will mich durchdringen. Wie halt ich den bösen Zauber von mir fern? Such ich das fettende Licht, fühle ich mich frei. Dann könnte ich zu mir stehen und lebt mir sehr treu. Doch ich trauche, um mich herum scheint alles sich zu drehen. Meine Freunde dürfen Mitleid in mir nicht seh'n. Das darf nicht gescheh'n. Sie dürfen Mitleid in mir nicht seh'n. So viele Eichhörnchen. Spike! Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Warte, dieser Traum könnte ja auch wahr werden. Bevor du Eichhörnchen jagen gehst, hast du vielleicht eine Ahnung, wo Twilight steckt? Ich muss dringend mit ihr reden. Was ist passiert? Ist schon wieder dieses Sachenschwebeding geschehen? Ja, ist es. Ob sie es war, weiß ich nicht. Aber wenn doch, dann müssen wir uns sofort darum kümmern. Ich könnte sie aufspüren. Reiß dich zusammen, tief einatmen. Du bist kein Monster. Oh, hi. Was machst du denn hier? Ich hab nach dir gesucht. Oh, naja. Ich wollte einen Spaziergang machen und hab mich verlaufen. Ich zeige dir den Weg. Ich bin ein Experte in diesen Wäldern. Ich bin hier groß geworden. Es war sicher schön, hier aufzuwachsen. Ja, aber es hat auch Nachteile. Als ich noch jünger war, hab ich mir gewünscht, wir würden in der Stadt leben wie normale Leute. Wirklich? Ich war zehn und wollte lieber im Einkaufszentrum herumhängen. Das hab ich noch nie jemandem erzählt. Du bist was Besonderes. Und nicht nur, weil du einen Zweig im Pferdeschwanz hast. Wie lange war der denn schon da drin? Nicht lange. Nur während wir geredet haben. Und wieso hast du mir das nicht gesagt? Ich glaube, wir können Twilight wegen der Magie-Sache auch später helfen. Beim Felsklettern dreht sich alles um Durchhaltevermögen und Vertrauen. Rarity, du kannst Applejack vertrauen, dass sie dich sichert. Ja, also kannst du schneller klettern, als du es jetzt tust. Rainbow Dash! Entschuldige. Ich will schon klettern, seit wir hier sind. Ja, da wirst du dich wohl noch etwas gedulden müssen. Oh gut, Twilight. Wenn du mich sicherst, kann ich da endlich hoch. Ich hole nur einen Gurt. Äh, ich weiß nicht genau. Ich sehe mal nach, ob ich meiner Schwester helfen kann. Wir sehen uns. Twilight, da bist du ja. Ich habe dich gesucht. Ist das ein Erdbeben? Das ist kein Erdbebengebiet. Hey! Wer hat dieses glitzernde, straubige Zeug hier gelassen? Ich glaube, ich möchte jetzt doch lieber wieder runter. Entschuldige, da klemmt irgendwas. Applejack, was tust du denn? Ist bei euch da drüben alles gut? Äh, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe gar nicht doll am Seil gezogen. Sie war auf einmal fast so leicht wie eine Feder. Ich habe mich ziemlich erschreckt. Es war nicht meine Schuld. Lass mich dir aus deinem Gurt helfen. Nein, dann... Was in aller Welt ist jetzt passiert? Oh je, es tut mir ungeheuer leid. Naja, denke ich. Habe ich etwa vorhin... Sag mal, was war denn das? Es war auf keinen Fall deine Schuld. Ich hole Applejack mal ein Handtuch. Ich auch. Du hast nicht als altige magische Fähigkeiten. Das ist toll! Nein, ist es nicht. Rarity und Applejack hätten sich verletzen können. Wieso passiert das plötzlich? Ich verstehe nicht. Hey Mädels, kann ich irgendwas für euch tun? Applejack ist in den See gefallen. Oh nein! Dann braucht sie sicher warme Handtücher, trockene Kleidung und... Oh, einen heißen Kakao. Das kriegen wir doch hin. Fluttershy! Was ist passiert? Keine Ahnung. Wir wollten nur gerade die Kekse verzieren. Und ich meinte so, du brauchst noch mehr Streusel. Und du brauchst unbedingt noch mehr Streusel. Also ganz normaler Pinkie Pie Kram. Ich habe Fluttershy die Streusel zugeworfen und ganz plötzlich leuchteten sie pink und explodiert sie. So ungefähr. Nur noch früher. Okay. Wieso lässt du nicht eine Weile die Finger davon? Oh wei. Wir sollten hier erstmal aufräumen. Kann mir bitte mal jemand helfen? Danke, Mr. Vogel. Oh, natürlich kann ich dir etwas zu futtern. Geben. Hast du gerade geredet? Aber ich kann kein Piepsisch. Wahrscheinlich bist du der einzige Vogel, den ich verstehen kann. Oh nein, bitte ruf nicht deine Freunde. Es ist auch nett, euch kennenzulernen. Redest du etwa gerade mit den Vögeln? Ähm, ja. Hast du erzählt, was passiert ist? So verrückt, echt. Ich habe Rarity die Kletterwand hochgezogen, als wäre es nichts. So, als hätte ich deutlich mehr kauft als gewöhnlich. Und ich habe diese Diamantensache aus dem Nichts heraufbeschworen. Und normalerweise würde ich mich erfreuen. Der Facettenschliff war perfekt und die Reinheit... Rarity. Oh, sorry. Es hat zuerst Applejack umgehauen und ist dann verschwunden. Wo wir gerade von verschwinden reden, weiß irgendjemand, wo Rainbow Dash ist? Aaaaaaah! Au! Wow! Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ich rannte los, um den Gurt zu holen und plötzlich war ich ohne, dass ich mich versah, fast in der Stadt. Aber wenn du so super schnell bist, warum warst du dann so lange fort? Unterwegs war ich auf einmal nicht mehr schnell. Das war ich erst wieder, als ich zurück zum Camp kam. Hier im Camp zu sein, verleiht uns wohl allen magische Fähigkeiten. Nicht alle von uns haben diese Fähigkeiten. Ich nicht. Aber Twilight hat wohl auch keine. Ach, so viel zu meiner Theorie, dass wir Magiesachen hinter uns lassen, wenn wir nicht in die CHS gehen. Irgendwas im Camp muss das Ganze verursachen. Ähm, Gaia Everfree? Aaaaaah! Applejack, ich habe dich überall gesucht. Hier ein paar warme Handtücher und trockene Kleidung. Oh, was ist hier denn passiert? Versuchen wir gerade herauszufinden. Na dann macht euch mal keine Gedanken. Ich händel das. Gloriosa! Ich habe meinen Jonglierball in den See geschossen. Ich organisiere dir einen neuen. Und ich habe keine Pfeile mehr. Keine Sorge, neue Pfeile kommen auch sofort. Da bist du ja. Pilthy Rich ist zurück. Soll ich das übernehmen? Nein, auf keinen Fall. Ich mach das. Aaaaaah! Fluttershy, bitte hör jetzt auf zu schreien. Ich hab doch gar nicht geschrien. Jetzt nicht. Niemand hat das. Hä? Achtung, Kämpfer! Wer Lust hat, schwimmende Papierlaternen zu basteln, kommt bitte zu den Picknick-Tischen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hab mich einen Monat darauf gefreut, herzukommen. Vielleicht vergessen wir dieses Magie-Fähigkeiten-Dings erstmal und genießen einfach unsere schöne Zeit im Camp. Ich war auch ganz begeistert von den Design-Entwürfen für die Camp-Modenschau. Und ich hab bis jetzt noch niemanden im Tetherball geschlagen. Ich finde schon, dass wir das klären sollten. Aber wenn ihr es lieber alle für eine Weile vergessen wollt... Ähm, Pinkie Pie? Was hat das zu bedeuten? Ich kleb Marshmallows auf die Laterne und wenn wir sie entzünden, ist sie nicht nur wunderschön, sondern auch kästlich! Hey Twilight, wieso bist du nicht bei den anderen? Sunset hat gesagt, irgendetwas im Camp verleiht den Mädchen magische Fähigkeiten. Ich denke, es ist Midnight Sparkle. Sie ist ein Teil von mir, ich kann es noch fühlen. Und ihre Magie verteilt sich auf meine Freunde. Was willst du denn jetzt tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, meine Lieben, es wird Zeit. Lasst eure Laternen alle fliegen! Hey, coole Laterne! Meine hat mein Gesicht. Alles okay? Du wirkst irgendwie ganz anders. Fertig und los! Oh! Na ja, dann kann ich sie jetzt essen. Trocken! Ja, wunderschön und sehr köstlich! Twilight? Twilight? Twilight! Wo läuft sie denn hin? Twilight? Was machst du denn hier draußen? Wir warten auf ein Taxi. Wir wollen nach Hause. Sie dachte, du würdest es ihr ausreden. Das wollte ich ja auch. Twilight, du darfst nicht gehen. Ich war doch nicht dieser Weitgeist, oder? Nein, ich war es nur. Ich denke, es ist Midnight Sparkle. Sie ist ein Teil von mir. Ich kann es noch fühlen. Und ihre Magie verteilt sich auf meine Freunde. Twilight, es gibt keine Midnight Sparkle. Es gibt nur dich. Wie konntest du wissen, was ich denke? Als ich dich berührt habe, konnte ich es sehen. Und verstand, warum du gehen willst. Das ist meine Magie! Ja, das ist meine Magie! Es ist unglaublich! Nein, ist es nicht! Jetzt bist du auch noch dran! Twilight, bitte hör doch auf, darin etwas Schlechtes zu sehen. Na, du hast gut reden. Die Magie gibt dir etwas Wunderschönes. Aber das letzte Mal, als ich sie spürte, wurde ich zu einem Monster. Ich habe Angst, dass es nochmal geschieht. Ja, letztes Mal geschah mit mir etwas Wunderbares. Aber ich wurde durch Magie auch schon mal zu einem Monster. Also, wenn hier jemand versteht, was du fühlst, bin ich es. Ich kann dir helfen, Twilight. Und unsere Freunde sind auch da für dich. Aber nicht, wenn du davonläufst. Ich bleibe. Aber ich sollte mich wohl trotzdem nicht in der Nähe unserer Freunde aufhalten. Nicht, bis wir wissen, was hier geschieht. Akzeptiert. Hä? Was war das? Wartet. Twilight? Timber? Du bist es, was für ein Glück. Moment, was machst du hier draußen mit einer Axt? Ich hab uns Brennholz besorgt. Mitten in der Nacht? Wir brauchen welches für morgen fürs Lagerfeuer. Und wenn ich es nicht heute Nacht noch hatte, ist das wieder ein schlechter Punkt für mich auf Gloriosas Liste. Aber es ist erledigt. Und was ist mit euch beiden? Was habt ihr denn jetzt mitten in der Nacht im Wald zu suchen? Oh, ich bin Schlafwandlerin. Twilight wollte mich nur zurück zum Camp bringen. Kommt mit. Ich bringe euch zurück. Und ich beschütze euch vor... Da, ja, ever free! Ever free! Ever free! Komm schon. Das ist doch nur eine deiner Gruselgeschichten, die du uns am Lagerfeuer erzählt hast. Oh nein. Die ist echt. Wie erklärt ihr euch sonst, was am Steg passiert ist? Oder auch das merkwürdige Erdbeben? Ah, jetzt kommt. Ich kenne eine Abkürzung zu den Zelten. Sie ist echt, ja? Ich glaube, wir wissen jetzt, wer Gaia ever free ist. Aber wieso will er, dass wir denken, die Geschichte sei echt? Du hast gehört, dass Timberville, dass seine Schwester das Camp verkauft. Wenn niemand mehr herkommen will, weil hier ein wütender Naturgeist sein Unwesen treibt, käme ihm das doch sehr entgegen. Erzählen wir es, Twilight. Noch nicht. Im Moment macht sie sowieso einiges durch. Wir sollten besser hundertprozentig sicher sein, bevor wir ihr sagen, dass der Typ, den sie mag, ein Idiot ist und versucht, alle aus dem Camp zu vertreiben. Aha. Puh! Äh, äh, du willst uns offenbar nicht mal helfen, Rarity. Okay, würde ich gern tun, aber ich muss vor der Modenshow unbedingt noch die Stickerei auf dem Poncho fertig kriegen. Wobei ich denke, dass der Laufsteg eh nicht fertig wird, so langsam wie ihr arbeitet. Der Steg ist unser Geschenk für das Camp und er wird fertig. Jedenfalls, wenn Rainbow sich beeilt und mir mehr Holz bringt. Äh, ich kann nun mal nicht schneller. Ich will doch nicht wieder im Wald landen. Sei nicht lächerlich. Wirklich? Ach, ich weiß, ich hab gesagt, dass wir diese komische Magiegeschichte vergessen sollen, aber ich kann nicht. Was, wenn ich das Brett in tausend Stücke haue? Mhm. Ach, Mist. Ich brauch mehr Nägel. Oh, hier, bitteschön. Was denn? Oh, ihr dachtet, die Nägel explodieren wie die Streusel? Wow, zum Glück nicht, oder? Ach, entschuldigt, ich wollte wirklich nicht... Ich weiß einfach nicht, wie ich es kontrollieren soll. Ist doch okay. Es geht uns allen so. Und deshalb sollten wir nicht so tun, als würde es nicht passieren. Hast du jetzt auch Fähigkeiten? Ja, seit letzter Nacht. Wenn ich andere berühre, kann ich ihre Gefühle und ihre Erinnerungen lesen. Uh, Wahnsinn! Los, versuch's mit mir! Versuch's mit mir! Lackalayala! Uh, Karabell! Das erklärt so einiges. Jep! Mädels, wir können diese Kräfte nicht ignorieren, nur weil es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sie zu bekommen. Was, wenn sich herausstellt, dass diese Kräfte uns sogar hilfreich sind? So ein Zauber wirkt, auch nicht von allein. Er möchte gern zu euch, will euer Schicksal sein. Ist er auch seltsam und fremd? Seine Magie spüren wir hier. Wenn den Zauber wir umarmen, wenn den Zauber wir umarmen, dann bleibt er immer kein von dir. Und wenn ein Teil noch Zauber ganz lässt, schon ein Wunder entsteht, mischt ihn gut mit viel Magie und bald schon werdet ihr's sehen. Ja, in kürzester Zeit wendet oft sich das Blatt, weil den Zauber wir hier umarmen und das Schicksal nur seine Chance hat. Darum umarmen den Zauber weicht mich zurück, lasst es geschirren. Wer sieht euch dieses Zauber? Viel über seine Kräfte lernen wir. Und bald ist ein Teil von dir. Was hindert euch daran? Seid mutig und fangt an. Die Kastanzür ist da. Lasst eure Träume wahr. Seid schlau und wehrt euch nicht, wenn der Zauber zu euch springt. Er kann verschaden, wie das er war. Der Zauber wirkt auf dich von allein. Er möchte gern zu euch, will euer Schicksal sein. Hört ihm aufmerksam zu und ihr habt einen Freund. Nur zusammen kann's gelingen. Darum umarmen den Zauber weicht mich zurück, lasst es geschirren. Er geht auf die des Zauber. Wir überwachen und wir lernen und bald ist ein Teil von dir. Und bald ist ein Teil von dir. Schon bald ist ein Teil von dir. Schon bald ist ein Teil von dir. Okay, das war wirklich Wahnsinn. Und seht nur, was ihr alles geschafft habt. Bitte, bitte, bitte. Können wir jetzt vielleicht sogar einen Probelauf für die Modenshow machen? Und was ist mit den Stickereien auf deinem Poncho? Ich bin fertig, siehst du? Fangt ruhig schon an. Ich suche Twilight. Wenn sie sieht, was möglich ist, kann sie sich vielleicht auch über ihre Magie freuen. Nicht, dass sie welche hätte. Ich wünschte nur, du hättest ihnen nicht diese lächerliche Geschichte erzählt. Das weckt dir hier alles über den Kopf. Du musst das alles loslassen. Ich wusste es. Er will, dass sie das Camp verkauft. Sunset Shimmer? Was hast du denn da zu suchen? Was? Ähm, gar nichts. Ich habe einen Ohrring verloren. Oh, ach, da ist er. Hey, pass auf. Ich bin froh, dich zu treffen. Ich muss mich bei dir bedanken. Wofür? Für deine Ehrlichkeit. Und dein Rat wegen Twilight. Das war richtig. Gern, kein Problem. Stimmt irgendwas nicht? Was? Nein. Wieso denn? Komm schon, Sunset. Wir waren mal zusammen. Ich weiß, wenn dich was bedrückt. Okay. Die Sache ist die. Meine Freundin mag jemanden, der nicht derjenige ist, für den er sich ausgibt. Ich will ihr nicht sagen, was ich denke, aber ich will sie auch beschützen. Doch wenn wirklich passiert, was ich denke, dann sollte sie es besser wissen. Das wäre besser für sie. Verstehst du? Hm. Nein. Aber ich finde, dass deine Freundin wirklich Glück hat, jemanden wie dich zu haben. Ja, echt? Ja. Weißt du, du hast dich sehr verändert seit damals. Du bist so viel netter. Danke. Schön, dass du das bemerkst. Äh, hör zu, vielleicht können wir ja nochmal von vorne anfangen als, äh, Freunde. Äh, ja, klingt gut. Ich muss los. Cool, ja. Fangen wir später von vorne an. So ein Mist. Irgendwas hat er doch geplant. Es ist Sunset. Sie sagt, ich soll zum Steinbruch kommen. Ich dachte, wir dürfen da gar nicht hingehen. Sie sagt, es sei wichtig. Was ist das? Ah! Ah! Psch! Was passiert denn da drin? Ich vermute, es ist Gaia Everfree. Oder vielleicht eher jemand, der will, dass wir denken, sie sei zurück. Komm mit. Wow. Dieser Ort ist wunderschön. Und es gibt Equestria-Magie hier. Ich kann, ich kann sie spüren. Wartet. Ich dachte, Timber würde nur so tun, als gäbe es diesen Naturgeist. Glaubst du, er ist echt? Timber? Was hat er denn jetzt damit zu tun? Gar nichts. Es betrifft nur mich. Gloriosa? Aber, Timber, ich war mir sicher, er will alle davon überzeugen, Gaia Everfree wäre zurück. Aber du bist diejenige, die alle vergrauen will? Nein, ich würde nie jemanden aus Camp Everfree vergrauen wollen. Sieh mal einer an. Du bist mit deinen Zahlungen im Verzug, Gloriosa. Und dadurch gehört mir jetzt das Land. Bitte. Meine Urgroßeltern haben doch das Camp gegründet. Es ist seit Generationen im Familienbesitz. Bitte, lass das Camp weiter existieren. Statt es in ein teures Paarresor umzubauen, dass meine Taschen mit mehr Geld füllt, als dieses Camp es jemals könnte? Ich glaube nicht, dass ich das tue. Bitte. Ich, ich, ich brauche doch nur ein wenig mehr Zeit. Na schön. Ich gebe dir noch bis zum Monatsende Zeit. Was soll ich nur tun? Oh! Wow! Du weißt nicht mal genau, was das ist. Aber sieh, was diese Steine können. Ich habe geübt. Ich kann ihre Macht inzwischen kontrollieren. Du kannst dir doch gar nicht sicher sein. Das ist unser Camp und es wird uns weggenommen. Falls das jetzt wirklich unsere letzte Woche hier ist, werde ich alles dafür tun, um diese Woche nicht zu verschwenden. Du hast überall Magie angewandt. Ich musste ihnen etwas erzählen, um dich zu decken. Was sollte ich denn sonst tun? Ist mir doch egal, aber wieso hast du ihnen diese lächerliche Geschichte erzählt? Das wächst dir hier alles über den Kopf. Du musst das alles loslassen. Timber meinte mit Loslassen nicht das Camp. Er wollte, dass du diese magischen Kristalle nicht mehr einsetzt. Hä? Du wolltest unbedingt, dass diese Woche zur besten Woche aller Zeiten wird und hast deshalb überall Magie angewendet. Doch sie hat woanders Probleme verursacht. Timber hat versucht, dich zu schützen. Woher weißt du denn von diesen Kristallen? Woher weißt du, dass sie Magie besitzen? Ich kann Dinge sehen und fühlen. Ich besitze magische Kräfte und sie ebenfalls und auch unsere Freunde. Gloriosa, Timber hatte völlig recht. Bitte hör auf, Magie einzusetzen. Zu viel davon ist gefährlich. Du kannst sie nicht kontrollieren. Oh, ich krieg das hin und ich werde sie dazu benutzen, mein Camp zu retten. Und ich werde noch mehr Magie einsetzen. Nein! Es tut mir leid. Ich weiß genau, was ich tun muss. Nur leider sind wir nicht deiner Meinung. Also, Gloriosa! Gloriosa! Oh, das ist schön. Wo sind Twilight und Sunset? Ach, sie verpassen unsere Modenshow-Probe. Ich denke, wir fangen einfach ohne sie an. Wann immer ihr bereit seid! Ich wusste, es gefällt dir. Ist in Ordnung, denke ich. Ich darf's doch nach dem Camp behalten, oder? Ah, sie sieht an nass aus. Ja, irgendwie größer. Das ist nur eine Vorschau. Ich werde bei der echten Show noch eine andere Kollektion vorstellen. Wieso hat denn die Musik... Oh, du meine Güte! Hey, Camper! Alle mal zuhören! Das ist Gaga Everfree! Sie ist echt! Wir sind verloren! Gloriosa? Oh nein, was tust du denn? Das ist Gloriosa? Bin ich verrückt oder berühren ihre Füße nicht mal den Boden? Grusel, duselig! Ich möchte etwas Wichtiges bekannt geben. Filthy Rich will, dass das die letzte Saison des Camps ist. Aber nur keine Sorge, ich regle das! Oh, komm schon! Wir sind gerade erst mit dem Steg fertig geworden. Ende ich des Wolfes spiel, der gierig lauert auf sein Ziel. Diesen Zauber kann ich benutzen. Und ich werde euch beschützen. Wir sind stark für Everfree! Bewundert die Natur in ihrer ganzen Schönheit. Kein Grund zur Angst, kein Grund zur Angst. Ihr seid hier nicht allein. Denn ich bin da, um euch zu helfen. Auch wenn es schwierig ist. Wir würden frei für immer sein. Böses möchte bei uns eindringen und dem Camp nur Unheil bringen. Gemeinsam werden wir es besiegen. Lassen uns nicht unterkriegen. Denn wir sind stark für Everfree! Es tut gut, schenkt ihr mir Vertrauen. Habt keine Angst, baut auf die Natur. Um uns herum ist so viel Schönheit. Jede Blüte dient der Verteidigung nur. So, wie kommen das findet sich? Ich lasse euch niemals im Stich. Das Kenntnis wird es noch lange geben. In der Geschichte wird es weiter leben. Wir sind stark für Everfree! Warum müssen solche Dinge immer uns passieren? Was sollen wir jetzt nur tun? Was wir immer tun! Die Welt retten! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Jetzt bekommen wir eine Menge Spaß! Ich wünsch mir, wir hätten jetzt auch noch Superhelden-Umhänge! Oh, ich auch! Ah, wen interessieren Klamotten? Wir müssen Gloriosa davon abhalten, uns alle hier einzusperren. Mhm. Mhm. Ähm, hi. Meint ihr, ihr könntet uns zur Hand, äh, zur Pote gehen? Wir brauchen dringend einen Fluchtweg. Huh? 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 Uh, uh, uh! Huh? Ah! Es scheint nicht zu klappen. Ihre Magie ist zu stark. Gut gemacht, Spike. Twilight, bitte benutzt deine Magie. Ich glaube nicht, dass ich sowas schweres anheben kann. Wir haben sonst keine Chance, hier herauszukommen und unseren Freunden zu helfen. Wieso versucht ihr gegen mich vorzugehen? Ich tue das, um unser Camp zu retten. Ich tue das für euch. Gloriosa, lass uns das doch alles mal ganz in Ruhe besprechen. Ich meine, ich finde das Camp Everfree wirklich absolut entzückend. Aber andererseits möchte ich auch nicht auf meine wöchentlichen Besuche im Spa verzichten. Du gehst ins Spa? Nein! Gloriosa, das ist nicht der richtige Weg. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Timber. Aber ich regle das! Nein! Tust du nicht! Twilight, glaubst du, du kannst deine Magie einsetzen? Ich will das vermeiden. Midnight Sparkle könnte sonst erscheinen. Twilight, unsere Freunde sind doch da drin. Okay. Bitte, Gloriosa! Was du da tust, ist doch irrsinnig. Kannst du mir nicht einen Moment zuhören? Das ist nicht Gloriosa! Twilight! Sunset! Euch geht's gut! Das ist nicht deine Schwester. Es ist jemand, der von der Magie Equestria besessen ist. Wer du auch bist, gib mir meine Schwester zurück! Bitte, Gloriosa, komm zurück! Ich brauche dich doch! Gloriosa! Asta! Rarity! Ich glaube, ich kann das nicht mehr sehr lange hochhalten! Jetzt liegt es an dir! Setz deine Magie ein, um die Dornenzweige zu trennen! Nein! Sie sind viel zu dicht! Das erfordert zu viel Magie! Ich kann nicht! Wir haben keine Chance! Du musst versuchen, die Magie in dir zuzulassen! Aber was, wenn sie mich kontrolliert? Was ist, wenn ich statt alle zu retten zum Midnight Sparkle werde und alles nur noch schlimmer wird? Das wird nicht passieren! Das werden wir nicht zulassen! Komm schon, Twilight! Du musst stärker sein als die! Du wirst niemals über mich herrschen! Und ich werde immer ein Teil von dir sein! Nein! Twilight! Hör mir zu! Du hast die Kontrolle! Du bist ein Licht, Liebes! Du bist eine Macht des Guten! Ja! Tritt der dunklen Seite in den Hintern! Wir sind für dich da, Twilight! Das sind wir immer! Egal, was passiert! Wir glauben an dich! Du bist nicht Midnight Sparkle! Nein! Nein! Ich bin Twilight Sparkle! Und die Magie, die ich besitze, ist die wunderbare Magie der Freundschaft! Was ist das? Gloriosa? Was? Was ist passiert? Alles okay. Alles kommt in Ordnung. Ja, geschafft! Wow, netter Klunker. Was, was ist das? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wir sind mit diesen Kristallen verbunden. Es ist mir eigentlich egal, was das ist. Diese Steine sind wunderschön. Und sie passen außerdem unglaublich gut zu meiner Kollektion für die Camp-Modenschau. Die ist wahrscheinlich abgesagt, oder etwa nicht? Es tut mir unheimlich leid. Ich wollte diese Woche nur zur besten Zeit im Camp Everfree machen. Und stattdessen ist sie schrecklich geworden. Vielleicht ist es besser, das Camp Filthy Rich zu überlassen. Nein, ist es nicht. Dieses Camp bedeutet so vielen Menschen unglaublich viel. Meine Schwester und mich mit eingeschlossen. Warum wollten wir wohl unbedingt mit unseren Schülern herkommen? Wir lassen nicht zu, dass euch Filthy Rich diesen Ort wegnimmt. Dieses Camp bedeutet nicht nur uns etwas, sondern auch vielen anderen Campern, die in der Vergangenheit hier waren. Und vielleicht helfen wir alle mit, das Camp zu retten. Oh ja, eine Spendenaktion. Oder auch ein Ball? Unsere Band könnte auftreten. Und ich könnte sogar einen neuen Song für diesen Anlass schreiben. Das könnte mir richtig gut gefallen. Das sind alles sehr gute Ideen. Aber wo soll das stattfinden? Nun, vielleicht in der Kristallhöhle? Ein Kristallhöhlenball? Ich liebe es! Ich bewundere euren Enthusiasmus. Wirklich, das tue ich. Aber wie sollen wir denn bis morgen einen Ball planen und auch noch alle anderen dazu einladen? Wir lieben es hin! Und ich schreibe ich mein eigenes Lied. Und bestimme selbst, was darin geschieht. Ich mach aus der Tragödie Mit Fantasie eine Kurmödie. Schöne dabei! Hau dich mal ein Held zu sein! Oh, oh, oh! Nimm die Hand, ich lach dich ein! Oh, 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 oh! Heute hat mich... Die Angst oft deprimiert, häufig wurde ich von ihr regiert. Steig in den Himmel, geh ich hinauf, kommt keine Langeweile auf. Stehen Freunde mir bei an jedem Tag, passiert mir nichts, ganz egal, was kommen mag. Hier zeigt die Freunde ihre Macht, die leuchtet hell in dunkler Nacht. Steiger Zeit, brauch dich mal ein Held zu sein. Oh, nimm die Hand, ich lade dich ein. Geh mit mir, die Stimme sagt, wo es geht. Du bist wie sie, ever see. Oh hol up, oh hol up, Oh hol rum, Oh hol rum, Oh hol rum, Elliott macht, diese Aristilleika. Oh hol up, oh hol up, Oh hol rum, Oh hol rum, Elliott macht, diese copies, die bonne dich. Ich danke euch allen sehr, dass ihr willkommen seid. Und dass ihr so viel Geld gespendet habt, um... ...unser Camp Everfree zu retten! Ich danke euch. Ich danke euch für alles. Hätte ich nur vom ersten Tag an um Hilfe gebeten. Hey, halb so wild. Solche Aktionen sind unser Ding. Was für ein wunderschöner Ort. Ich will ja jetzt wirklich nicht angeben, aber es war echt cool, wie ich alle Camper vor den Rubus Votikosis gerettet habe. Na, vor den Dornzweigen. Ich bin mit der Gattung vertraut. Es ist nur seltsam, dass du sagst, du hättest sie gerettet. Ich dachte, ich war das. Ja, aber ich habe dich davor bewahrt, vom Steg zu fallen, sodass du sie retten konntest. Ja, also genau genommen war ich der Retter. Es war wirklich schön, dich kennenzulernen. Oh. Was? Das klingt irgendwie nach Abschied. Und ich hatte gehofft, wir verbringen noch ein bisschen Zeit miteinander. Vielleicht gehen wir mal essen oder in einen Film. Ja, das fände ich auch sehr nett. Oh, gut. Ich habe gehofft, dass du das möchtest. Oh, äh, entschuldigt. Ich muss Timber kurz entführen. Ich muss ihm unbedingt ein paar Sponsoren vorstellen. Sie waren gute Freunde von Mom und Dad. Schenk mir einen Tanz, okay? Äh, wirklich entzückend. Er scheint echt ein cooler Typ zu sein. Aber noch was ist echt cool. Unsere neuen Superkräfte. Ich konnte 400 Flyer verteilen, habe die Bühne aufgebaut und hatte Zeit, eine Pizza zu holen. Ich liebe meine Supergeschwindigkeit. Was das betrifft, ich glaube, die Kristalle sind die Quelle dieser Superkräfte. Du willst doch nicht, dass wir sie wieder aufgeben, oder? Nein. Ich denke, wir waren dazu bestimmt, diese Kräfte irgendwann zu besitzen. Denke ich auch. Es gibt da noch eine Sache, die geht mir nicht aus dem Kopf. Was denn? Woher ist die Magie, die wir in der Höhle gesehen haben, überhaupt gekommen? Woher ist die Magie, die wir in der Höhle gesehen haben? In einem Buch ist weiß und leer das Papier. In das Buch unseres Lebens schreiben unsere Geschichte. Wir schreiben wir Blätter, die bald beschrieben werden sollen. Die Geschichte beginnt von Neuem, wenn wir es wollen. Ja, wenn wir es wollen. Die Hoffnung bleibt für immer, solange man nicht alleine ist. Die Hoffnung bleibt für immer. Ich kann's froh in die Zukunft sehen, wenn du bei mir bist. Ich ging durch die Dunkelheit kämpfte mit Zuversicht. Die Wolken ziehen ab und schenken uns Sonnenlicht. Ich hatte Angst in manch einer dunklen Nacht. Doch jedes Mal hat der Morgen das Licht gebrannt. Ich kann's froh in die Zukunft sehen, wenn du bei mir bist. Und wo in die Zukunft sehen, niemals wird mir etwas geschehen, wenn du bei mir bist. Ich hacia dich zeigen, wenn du bei mir bist. Ich werde dich Weihnachten zu erzählen. Ich werde mich nicht gesehen, wenn du bei mir bist. Ich werde mich nicht verstehen, wenn du bei mir bist. Ich werde mich nicht teilen. Ich werde dich nicht zeigen, wenn du bei mir bist. Vielen Dank.